So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei Rusty Lake Paradise. Wir hatten gerade die Blage Geschwüre geschafft und als nächstes geht es mit Schaum im Wasser. Was soll das für eine Blage sein? Mal schauen. Die siebente Blage, Hagel. Hagel ist eine Blage. Okay, hier, unsere Schwesterchen läuft wohl gern Schlittschuh. Schauen wir mal, hier ist eine Flasche, mit der können wir nichts machen. Links von der Insel nichts. Rechts, unsere Schwesterchen, hallo. Okay. Okay, das Eis bricht. Nein. Muss ich das aus dem Weg nehmen? Was mache ich hier? Hm. Okay. Das Eis will nicht brechen. Vielleicht so. Muss ich es schaffen, dass alle kaputt gehen. Also bei dem gelben geht es scheinbar immer kaputt. Kaputt. Vielleicht so. Verlängerung. Zack. probieren wir mal so das bricht ja mal in die richtung und das glaube immer wieder hier rüber irgendwie rätsel nicht so geeignet für mich so und nun das eis kaputt irgendwas klicken geschieben drehen und ich weiß nicht weiter schwesterchen ist weg schauen wir noch mal nichts und gehen wir ins innere der insel ein schal geradeaus das können schneemann werden erst mal den baum angucken warum kann ich hier wackeln er wackelt äh nochmal doch mal zack Ich habe es nicht verstanden, so. Ah, wir dürfen sie nur hin und her schieben, aber, äh, das hier hin, das, ne? Ah, okay, verstehe. Das hier hin, das hier hin, das hier hin. Das hier hin, das hier hoch. Die Eisklötzer rutschen im Grunde nur über Eisflächen oder direkt ins Loch. So, so, so. Fangen wir mal an. Zack, zack. Äh, d, 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 d. Okay. Das hier runter, das hier rüber. Das. Nein. Mist. Nochmal. Das hier rüber. Das hier rüber. Das da hin, das da hin, das da hin und das so. Ähm, jetzt haben wir wieder so ein Diamant bekommen. Mir geht's nicht weiter. Schneemann. Du kriegst einen Schal und einen Diamant als Nase. Nein. Schade. Der. Wir können Diamant einsetzen. Kraftvolle Schneekugel. Okay, was machen wir mit der Kraft? Was ist das? Ein Trichter? Schneekugel. Äh. Holzkeil. So, das ist Hagel. Holzkeil nutzt mir nichts. Oh Gott. Ähm. Schneekugel mit drei Diamanten zur Kirche bringen. Da kriegen wir einen Würfel. Oh, fertig ist der Schneemann. Ah. Die Nase könnte da Holzkeil sein. Was haben wir hier noch? Erdbeeren. Nichts weiter. Gut, gut, gut. Kann ich Erdbeeren hier reinwerfen? Nein. Wobei die Erdbeeren könnten die Augen sein. Holzkeil für die Nase. Schneekugel. Erdbeeren. Für die Augen. Auch eine Schneekugel. So. Wir haben einen stockenden Zweig abgebrochen mit der Schneekugel. Schneekugel. Schneemann hat einen Arm. So. Hier ist eine Karaffe. Was mir auch nicht hilft. Ein Eichhörnchen. Hallo. Bist du ein Eichhörnchen? Hier, Erdbeeren. Holzkeil. Schneekugel erschlagen. Nein. Okay. Du willst wohl nur Nüsse haben. Du willst wohl nur Nüsse haben. Schein. Auch nichts. Schauen wir mal wieder ins Haus. Hier steht schon... Okay, das könnte jetzt die Nase sein. Zwei Hörner. Na. Kriegst du ein paar Erdbeeren als Augen. Nein. Nichts. Schneekugel draufhauen. Bringt auch nichts. Schauen wir mal rein. Was willst du denn? Du willst ein Eis. Horn. Schneekugel. Komm hier, da hast du ein Eis. Mit Erdbeeren. Schneekugel. Und. Zack. Erdbeeren. Rein. Nein. Machen wir erstmal ein bisschen Schnee rein. Auch nicht. Blups. Erdbeeren dazu. Lass uns das gefrieren. Einmal schüllen. Eine schöne Kugel. Hopp. Das soll das doch schon gewesen sein. Das soll das doch schon gewesen sein. Machen wir noch eine Schnee Kugel. Schüllen. 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 Schüllen weiter ok passiert wohl nichts mehr Holzkeil kann ich das tauschen? Nein Scheiße jetzt haben wir das Einhorn vergräutet vielleicht brauchen wir es auch nicht ich haue jetzt nochmal hier zur Kirsche hin noch ein Zweig und ist ein Hammer 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 ist hier noch was zum Anklicken? Nein können wir mit dem Hammer hier drauf hauen? An die Krüge kann ich mit dem Hammer hauen so Hammer Boing Boing und hier passiert glaube ich wieder nichts und nichts Hammer Boing 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 gut 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 scheiße mit dem Hammer am Baum hauen mit dem Hammer am Baum hauen ah hier wollte ich nicht rein so einstecken einstecken Schneekugel Schneekugel bringt nichts mit dem Hammer Holzkeil Holzkeil Mor防 Feier kann man hier mit dem Hammer dagegen hauen Wow, ok, so kriegen wir die Dinger kaputt, kleine Steine, so, ähm, wo, wo, wo war das? Doch, hier, ähm, nein, bisschen falsch, kommen kleine Steine, das könnten die Augen werden, nein, nicht die Augen, so, Nase, Hammer, wenn wir auch nichts machen, ja, Hammer, eine Schneekugel, die Schneekugel, Mist, da, 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 wo war der andere Topf? Patsch, zwei Knöpfe, was werden denn wohl die Augen? Also, hier drin schneid es nicht. Demit, 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 demit. Okay, das Eichhörnchen, ich weiß es nicht, was das Eichhörnchen macht. Die Knöpfe werden die Augen sein. Knöpfe haben wir, Arme haben wir, Schal haben wir, Augen haben, fehlt die Mütze und die Nase. Oh, Moment, hier ist eine Vase, eine Karotte, eine Möhre, gut. Müssen wir nur noch herausfinden, wo wir einen Hut her bekommen. Kann ich für den Hammer jetzt hier irgendwas lösen? Achso, das haben wir nur gemacht, damit die Schwesterchen vom Eis flieht und den Schal zurücklässt. So. Wie willkommen wir die Mütze? Können wir hier mit dem Hammer drauf holen? Nein. Ach Gott, müssen wir zum Onkel zurück. Was machen wir mit den Eichhörnchen? Verdammt. Ich will die Mütze haben. Wenn. Mist. Schneekugel mach was. Kann ich sie kälter machen, dass es nicht gefriert? Kann ich sie kälter machen? Mist. Wieder ein Rätsel, das ich nicht löse. Ja. 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 Boah. Holz, geil. Das. Kraftvolle Schneekugel. Nichts. Ich bin mit dem Eichhörnchen überfordert. Ja. Ja. Ich bin mit dem Eichhörnchen. Ich bin mit dem Eichhörnchen. Ich bin mit dem Eichhörnchen. Wir haben das Eichhörnchen getroffen. Oh, oh. Kraftvolle Schnee. Pistazien. Und ein Eichhörnchen Fell. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt noch Pistazieneis machen. Rennen für den alten Onkel. Ah. Ja. Wenn ich ihn in den Hut klauen will, hält er mit der Hand fest. Aber wenn wir jetzt jetzt Pistazieneis herstellen. Mit Hilfe der Schneekugel ist es gefroren. Hat er beide Hände. Wir sind beide Hände beschäftigt und wir klauen uns die Mütze. Gut, gut, gut. Zack. Zurück. Weshalb ich jetzt noch im Eichhörnchen Fell habe, weiß ich nicht. Aber wir machen erstmal den Schneemann fertig. Tick. So. Gerade runter soll die Nase zeigen. Gut, hopp. Zurück. tuck. uck. up big zu Ups. Eine Hand. Äh, wer ist hier drunter? Willst du ein Eichhörnchen? Nein. Schneekugel. Ähm, 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 was jetzt? Pum, pum, pum. Scheiße. Ich denke mal, ich werde hier erstmal wieder ein Folgenende machen. Ich sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, bis zum nächsten Mal.